deutsche streamer werden sechs minuten lang gebetet da sehen wir uns doch drunnen digga oder dass das klingt auch noch eine sache die interessant klingt digga ich bin auch schon sehr oft gebetet worden jarak 00 da ist es schon wieder passiert dankeschön bro für dein sub wir gehen rein wir fangen mit nick an digga entspannt sehr entspannter anfang digga da bin ich auf jeden fall jetzt schon wieder raus mute mode optimistik wenn ihr alt und dann mutet glaubt von mir könnten ein zwei clips auch dabei sein aber ich check meistens wird gebetet werde ach ja die kenne ich dass dieser so was wie ein automatischer mutter ja ich sterbe hier alter mutter ja ach digga nein hat denn die wirklich alt der viel gedrückt bro ist nicht dein ernst denn juli ach nein ach nein digga ach nein dann dann ist doch mal in einem herrnustheim video sein jetzt ist es soweit oh was digga der typ checkt wirklich gar nichts alter den tag den ich gestern wieder mit ihm verbringen musste junge ich habe ihm glaube ich 30 geschichten einfach erzählt die ich mir ausgedacht habe jetzt jahre geglaubt was til sagt was til sagt wait a minute ey nieg mir ist gestern sowas krasses passiert im stream schau mal bitte den clip an kj warte warte was is nich so Digger we smart we smart we smart digga stark 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 increased die geil Digga, fucking Five-Hate, dafür nochmal einen Clip zu machen, auf Meta-Gebated. Stark! Digga, was ist das für ein absolut lostes Grinsen? Da steht mein Name mit Chat, da steht Revinzeit. Warum grinst Antonia so lost? Antonia so lost, schau mal, wie die schon wieder schaut, Digga. Oh nein! Ist der noch Single? Julius, bist du Single? Ja. Ist er, ja, ja. Wie heißt du auf Instagram nochmal? Ja, gute Frage, ne? Sag nochmal. Julius BDM. Julius BDSM? BDM. Julius BDM. Ja, slide in die Insta DMs, wenn ihr Bock habt auf ihn. Das ist Gebated und ich skipp den Link. Ich skipp Gebated. Okay, jetzt klickt sie trotzdem wieder auf uns Gebated. Ich weiß, dass da Gebated drin ist, aber ich skipp ihn. Okay. Skill, Leute. Das ist, was die Videos kenne ich aber. Seht ihr, was für ein Pfeil fertig bin, dass ich Gebated geskippt hab einfach? Oh nein, Antonia! Oh dumm, dumm, nein! Was bist du denn gerade, Kevin? Neben dir. Was ist das denn hier? Ich bin noch nicht in der Lobby. Du croucht hier neben mir? Nein! Bist du doof? Das sind zwei Bastis. Einer winkt und einer croucht die ganze Zeit. Ach so! Oh! Oh, Digga, Kevin. Oh nein. Ich dachte... Ja, okay. Sorry. Digga. WTF. Ey, aber du musst hier durchgehen. Kevin einfach auf nen Scheiß-Armostand reingefallen, Junge. Ähm... Wodurch? Hä, da hat der gar keinen Namen in meinem Kopf. Das verstehe ich jetzt nicht. Da bin ich auch schon durchgegangen. Es ist aber trotzdem Basti, oder? Es ist Basti. Besuche den Settings-Bereich für Client- und Map-Setting. Tick-Chap aktiviert, blablabla. Ah nein, Basti hat ihn doppelt hochgenommen. Double-Gebate, Digga. Ich geh jetzt einfach auf den Start, oder? Nein, als ob du jetzt wirklich geglaubt hast, dass das ich... Wait, wo... Der hat doch Holzarm mit dieser dumme... Dieser dumme Skin... Digga, bist du verwirrt? Du dachtest wirklich, das wäre ein Ding? Hä? Oh mein... Lost, Kevin. Wirklich. Ähm... Man sieht ja, wir bauen ein riesen Melonen-Golem. Es ist soweit. Es ist passiert. Wer ist der denn, Digga? Wie sieht dem sein Kopf denn aus? What the fuck? Wer ist das? Was geht's hier vom Honig-Golem von Trimax? Das ist ein Bilder-Upload.eu Link. Das hört... Da würde ich draufklicken, Fabo. Das sieht wirklich nach Trimax an. Ne. Warst du ein Idiot, oder? Fabo? Fabo sagt's gerade selber im Chat. Warst du ein Idiot. Fabo? No! Ja, danke für die Skizze. Kuss. Der Würgscope mit dem Dreier ist doch was anderes. Digger, wieder mit... Inscope mit Überbiss auf am Start. Das liebe ich immer bei Nico. Er sieht immer so süß aus. Auch da würde ich gerne... Also gehst du nie offline. Danke, äh... Crazyballer für deinen Fünfer, Digga. Aber... Halt dein Maul. Kann jemand mir ein paar Subs geben? Das wäre super. Dankeschön. Ah! Fuck, dude! Oh, du! Ah, du! Ah! Fuck, dude! Deutsch Excusi. Check out these photos. You're about to experience something called the Thatcher Effect. Here's the first one. Ord. And the second one. Wild. Ach, Junge. And the third one. Have Angst. Bad. Now flip your phone upside down. Have another look. And hit like, when you see it. Check out these photos. You're about to experience something called the Thatcher Effect. Here's the first one. Junge, Junge, Junge. Ich finde den Joe Baited aber noch besser als den Rickroll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber... Und der muss den AFK-Channel so... Sonst kann... So wenig... Ey, unten im AFK-Channel. Jens Knozala. Das wird der echte sein, oder? Mit dem Bild. Das wird wahrscheinlich der echte sein, oder? Sekunde. Ich verschiebe ihn mal. Ich riskiere. Jens, bist du doch da? Ey, yo! Jens! Was geht da? Jens! 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 Digga, das ist er. Guckt um die Ecke. Guckt gleich um die Ecke, Chat. Da! Digga, wie oft ist denn das mit dir passiert, Nick? Ah. Jens Knozala. Jens Knozala. Jens Knozala. Jens Knozala. Aber der Song ist auch too good. Der ist einfach too good. Oh mein Gott, nervt mich, nervt mich, bitte, ich brauche euch nicht, ich brauche euch nicht, verpisst euch. Oh mein Gott, Bruder, der war 380.000 wert? Shut the fuck up. 380.000? Oh nein. Ist das der Lieder, ne, chat? Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, chat, wir haben es. 380.000. Krass. Junge, was? Krass. Und dann? Oh, oh. Ist der was wert, chat? Frohe Weihnachten, Kevin. Schnell, ich brauche einen Call. 2 Mio-Fisch. Digga, 2 Millionen fähig, holy shit, das wird safe real sein. Oh Gott, hier kann ich die nicht rausziehen. Junge. Geil, diese Enttäuschung, diese Enttäuschung in seinem Auge ist das Schönste, was ich heute gesehen habe. Für die beste Streamerinnen auf Twitch, vorsichtig öffnen. Vorstand des Fuchsrudels und Vorstand des... Okay, vorsichtig öffnen. Junge, was? Wer macht sich denn die Mühe, Digga? Junge, Junge, Junge. Ich glaube, es ist Zeit für mich für ein Postfach, Digga. Ich sehe mich auch nochmal scheiße inhalieren. Ach, Digga, scheiß auf. Basti, Trimax und Revi bringen Papaplatte sechs Minuten zum Lachen. Sechs Minuten Lachfleisch. Da sehe ich mich auch nochmal. Boah, geil. Da sehe ich mich auch nochmal, Digga. Das schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Alter, das wird richtig nice. Ich freue mich. Sechs Minuten Lachfleisch. Das schauen wir nochmal, Digga. Ey, wie habt ihr das gemacht? Ah, hier. Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Weißt du, wir arbeiten jetzt gut, oder? Gut, 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 gut. Digga, wenn ihr jetzt 8.000 Kameraschreier hat, ich schreie für 2.000 Schatz. Ey. Digga, welcher dummen Nachbarn hat ihr 80.000 für... Junge, holy shit. Digga, Kevin zum Lachen zu bringen, aber auch überhaupt nicht schwer, Junge. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich habe gestern... Kevin schreibt mir gerade das nochmal. Antwort ich gleich drauf. Also, diesen Jungen hier... Ja. Diesen Jungen hier habe ich gestern durchgehend zum Lachen gebracht. Mit solchen Memes hier. Es ist einfach nur... Wolf of Wall Street auf deutscher Übersetzung. Da steht einfach der Wolf der Wandstraße. Und Kevin hat sich nicht mehr einbekommen. Kevin hat sich einfach fast vor Lachen vollgepisst. Der hat sich einfach, no joke, fast vollgepisst. Der hat sich einfach fast vollgepisst, Digga. Es ging nicht mehr. Der ist einfach abgebrochen. Der ist fast gestorben. Junge, Steve Jobs? Ja, wahrscheinlich gerade der nicht, ja. Ja, startet, Reggie, du bist schon irgendwie 30 oder so. Wie krass muss man denn drehen, bitte? Das war genau so diese Instagram-Story, so pro du stirbst mit 24, bist du ja. So, früger Start. Ich bin sehr dein ganzes Geld. Nice! Die neuen! Bonus-Money! Let's go! Let's go, das fängt gut an. Das war eigentlich geil. Jetzt müssen wir nochmal zocken, oder? Ich bin über dumm im echten Leben. Das kann nicht sein. Komm, komm, heiraten. Echt jetzt? Ja, ist wichtig. Glückwunsch! Danke. Glückwunsch! Danke, Digga. Das ist doch was Schönes! Stark! Das war, die Gruppe war auch nice. Die Gruppe fand ich auch nice. Wirklich, no joke. Äh, Dom Dom, Digga. Dankeschön. Oh, was ist das? Dreh's. Kevin und ich haben wirklich einen Humor-Vibe. Wirklich, no joke. Kevin und ich können irgendwo sitzen und uns einfach, imagine so. Also, ich sehe Kevin und mich so auf so Partys sitzen und wir zeigen uns die ganze Zeit Memes und lachen darüber. Wisst ihr, was ich meine? Weil wir beide so dumm dämlich sind einfach. Wir sind beide so dumm dämlich. Wir haben einfach, äh, den gleichen dämlichen Humor. No joke. Oh, hot ins Geschenk. Weihnacht heute, Kevin hat der Stream frei. Ich glaube, Kevin ist auch gleich, also, Kevins Runden gehen irgendwie dreimal so lange wie unsere. Kevin hat bisher mehr gespielt, als wir alle drei zusammen. Oh, von Redi kommt es. Was denn? Oh, von euch allen! Holy shit! Get right, Alter! Einfach Soulmate. Astratulli, lieben wir. 45 Minuten wiederkommen, dann sind wir dran. Wir haben alle gebildet. Okay. Kevin, ready? Oh mein Gott. Nimm mich mal bitte, dass ich dir Geld habe. Nimm nicht. Daumen, daumen, danke schön nochmal für den weiteren Gifted. Kuss. Danke nochmal. Vielen, vielen Dank. Was hast du? Zwei. Okay, ich muss nur über zwei haben. Dann kriege ich 100 KV. Rewi. Hey! Nein! Nein! No fucking way! No fucking way! No fucking way! Mal gucken, bei der hast du wieder die neun? Ja, ich sag der. Kannst du mit Leertasten würfeln was hier? Ja, ja. Ah, okay gut. Geht ja richtig ab hier gerade. Digga, dieses Lachen. Dieses Lachen von Kevin. Hey, 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 der sechs Wunden von Kevin. Eine Runde geht selbst die Funken. Digga, man hätte es ein bisschen schneller schneiden müssen. Ist leider nicht so nice geedited, aber gut, ja. Scheiß drauf, Digga, scheiß drauf. Also, jetzt Давай es mal. Ja, natürlich.